Herzlich Willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Carolin Hartmann. Das Erlernen der Landessprache ist der Schlüssel zur erfolgreichen Integration, zur persönlichen Weiterentwicklung und zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Viele Bundesländer haben Deutsch als Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdsprache daher auch in ihre jeweiligen Rahmenpläne aufgenommen. Hier möchte ich Ihnen ein paar ausgewählte, besonders empfehlenswerte, kostenlose Materialien für Ihren Unterricht vorstellen, die sich auch sehr gut für den Einsatz in den Willkommensklassen in der Grundschule und in der Sekundarstufe eignen. Dazu möchte ich Ihnen gerne auch noch ein paar zusätzliche Portale und Apps für Ihre Lernenden ans Herz legen, mit denen diese dann auch selbstständig lernen können. Passend zu seiner kindgerechten Sprachlern-App Dandelin mit Spielen, Liedern, Videos und Aufgaben mit Belohnungssystemen für Kinder im Alter zwischen 5 und 8 Jahren stellt das Portal Deutsch Info kostenlose Unterrichtsmaterialien mit vielen Arbeitsblättern und Audio- und Videodateien für den direkten Einsatz im Kindergarten und im schulischen DAF-DATS-Unterricht bereit. Auch auf dem Portal des Seiler Verlags finden Grundschullehrkräfte tolle Unterrichtsmaterialien für den Bereich Deutsch als Zweitsprache zum kostenlosen Download. Hier können Lehrkräfte zwischen verschiedenen Bildergeschichten, Liedern, Arbeitsblättern und Audiodateien zu den Themen Zahlen, Schule, Essen und Freundschaften wählen. Weitere kostenlose Online-Materialien erhalten Sie auch auf dem Portal des Buchverlags Kempen. Durch die starke Bildunterstützung, zum Beispiel durch Bild-Lernwörter, soll hier der Einstieg in die Deutschsprache erleichtert werden. Die Themen beinhalten vor allem grundlegenden Wortschatz zu Kleidung, Farben, Körper, Uhrzeiten und anderen Alltagsthemen. Für die etwas älteren Lernenden präsentiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die App Angekommen. Und auch das Goethe-Institut bietet eine große Auswahl an kostenlosen Medien für das Erlernen der deutschen Sprache an. Hier finden Sie Apps mit Lernmaterial, Videos, Podcasts und Spiele sowie Hinweise zu Social Media und Community-Programmen. Zudem ist Nikos Weg, ein mobiler Deutschkurs im Unterricht, ein sehr schönes Angebot der Deutschen Welle und sowohl für Lehrende als auch für engagierte Lernende zu empfehlen. Unterstützend zu dem umfassenden mobilen Online-Kurs wird auf dem Portal der Deutschen Welle auch ein Arbeitsbuch mit vielen spielerischen Übungen zu Wortschatz, Landeskunde und Grammatik sowie LehrerInnen-Handreichungen zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, diese verschiedenen Materialien helfen Ihnen bei der Unterrichtsvorbereitung und erleichtern vor allem auch Ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur das Erlernen der deutschen Sprache, sondern vor allem auch die Integration und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.